Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Flo Frandon und in diesem Video zeige ich dir, wie ich persönlich heute 1000 Euro investieren würde und das Ganze in verschiedene Kategorien, also jetzt nicht nur irgendwie Wachstumsaktien, sondern auch Dividendenaktien, einen Pennystock, aber eben auch mal eine kurzfristige Spekulation, also eine bunte Mischung und von daher bleib auf jeden Fall dran bis zum Ende, es ist für jeden was dabei. Das Ganze natürlich wird mal keine Anlageberatung, nur meine persönliche Meinung und schreib auch du gerne mal jetzt in die Kommentare, wie du denn persönlich heute 1000 Euro investieren würdest, ich bin da sehr, sehr gespannt drauf und ja, wie gesagt, wir schauen uns da verschiedene Kategorien an und da eben auch verschiedene Aktien. Wir fangen an mit einer Wachstumsaktie und auf die Wachstumsaktie folgt dann eine Dividendenaktie, auf die Dividendenaktie folgt dann ein Pennystock und auf den Pennystock folgt auch noch eine kurzfristige Spekulation, also eine kleine Trading-Idee, von daher seid sehr gespannt darauf. Bevor wir jetzt in das Video rein starten, möchte ich noch ganz kurz den Sponsor des heutigen Videos vorstellen, in dem Fall CoinEx. CoinEx ist eine Kryptowährungsplattform, bei der du sehr, sehr viele Kryptos handeln kannst und die wirklich sehr benutzerfreundlich ist. Es gab hier tatsächlich aber auch aktuell einen Hackerangriff, wobei man hier ganz klar sagen muss, es waren keinerlei Kundenvermögenswerte eben betroffen davon und CoinEx hat hier wirklich sehr, sehr gut reagiert und das Ganze wirklich mit Bravour gemeistert und mittlerweile sind sie auch wieder schon auf dem Stand, dass es alles wie vorher war. Die ganzen Hot-Wallets wurden quasi in sichere Wallets umgetauscht und jetzt ist alles wieder quasi gut und hier muss man wirklich ganz klar sagen, eine ganz, ganz tolle Leistung von CoinEx, dass sie das eben so abgewindet haben. So und wir beginnen jetzt mit der Wachstumsaktie und das wäre in dem Fall Disney. Disney ist ein Unternehmen, was ziemlich unter die Räder gekommen ist die letzten Monate und wirklich kein tolles Jahr hinter sich hat. Ihr seht das hier auch im Kursverlauf. Grundsätzlich ist es immer noch, ja, wenn man vor zehn Jahren investiert hat, immer noch eine Erfolgsgeschichte, aber eben bei Weitem nicht so erfolgreich wie andere Aktien mit dem Rückgang, den wir jetzt eben in den letzten zwölf Monaten gesehen haben. Und ja, von daher, wir haben eine Marktkapitalisierung von 142 Milliarden Euro, ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18, also in dem Fall eher günstig für Disney und ja, die haben den großen Fehler gemacht, dass sie eben sehr vogue gegangen sind, also extrem, ja, darauf gesetzt haben, eben möglichst allen das Recht zu machen und das ist sehr, sehr schlecht angekommen, weil eben auch die Umsätze zurückgegangen sind, weil das eben marketingtechnisch auch nicht gut angekommen ist. Wir haben eine starke Unterstützung in dem Bereich, wo wir uns gerade aufhalten, also von daher mehr Aufwärtspotenzial als Abwärtspotenzial meiner Meinung nach, weil es eben eine gute Unterstützung ist. Wir sind auch mittlerweile auf der 50-Tage-Linie und grundsätzlich ist ja Disney auch noch ein gutes Unternehmen, aber sie haben halt eben das große Problem, dass sie eben, ja, Umsätze eben Rückgang hatten, weil eben das Ganze boykottiert worden ist so ein bisschen, auch das mit Ariel zum Beispiel, dass das halt einfach nicht gut angekommen ist und das sind halt einfach ganz, ganz viele Filmflops jetzt gewesen, plus die Parks sind auch nicht mehr ganz so gut angekommen, aber auch da ist jetzt angekündigt worden, mehr zu investieren. Dass man da eben weiterkommt und auch hier sehen wir einen schönen Doppelboden auch davor, der sich jetzt in den letzten Wochen gebildet hat. Auch das ist nochmal ein Grund dafür, wo ich sagen würde, da würde ich eher kaufen und nicht verkaufen und ja, vermutlich werden sie das Ganze auch wieder ein bisschen marketingtechnischer schlauer angehen. Es gibt ja auch diesen Schauspielerstreit oder Texterstreik aktuell, wo er nicht quasi produziert werden kann. Auch das belastet natürlich, aber auch da sehe ich durchaus wieder Hoffnung am Horizont. Also von daher Disney durchaus eine langfristig schöne Wachstumsaktie. Ja, kommen wir zum Dividenden-Aktien-Vorschlag und das wäre in dem Fall Vonovia. Vonovia habe ich auch selber in meinem Depot drin und ja, auch hier haben wir eine Aktie, die ein bisschen verprügelt worden ist, so gefühlt in den letzten zwölf Monaten. Also es ging sehr, sehr stark nach unten, obwohl sie eigentlich ja in den Jahren davor ein absoluter Erfolgsgarant war. Eine schöne Dividende, ein schönes Wachstum, also wirklich eine absolute Traumaktie. Ja, und dann kam halt der große Abverkauf und das liegt halt vor allem eben an den hohen Zinsen, die jetzt eben ja von der EZB und Co. eben auch am Markt etabliert worden sind. Das ist natürlich sehr schlecht für ein Immobilienunternehmen, was eben auch stark auf Fremdkapital angewiesen ist, wo dann eben auch die Immobilienpreise sinken und dementsprechend das Ganze eben auch von der Bewertung her sinkt. Es gibt aber auch hier wieder Hoffnung, denn auch hier die Zinswende könnte eventuell 2024 kommen. Das wurde schon so ein bisschen mal angedeutet von den Notenbanken und das würde halt auch Vonovia wieder extrem helfen. Wir haben eine Marktkapitalisierung von 16 Milliarden Euro bei einem Immobilienbestand von, ich glaube aktuell knapp 70 Milliarden. Also in dem Fall wirklich auch der Immobilienbestand deutlich höher von der Bewertung als das Unternehmen. Auch da natürlich, man muss gewisse Dinge abschreiben, beziehungsweise auch die Bewertung etwas nach unten fahren mit dem aktuellen Marktniveau und es gibt natürlich auch Verbindlichkeiten vom Unternehmen. Trotzdem immer noch meiner Meinung nach sehr unterbewertet. Wir haben ein Kursgewinnverhältnis von 9 und eine Dividendenrendite schon nach der Kürzung, denn da gab es eine Kürzung von 4,12 Prozent. Also auch das passt für mich in Ordnung und ist halt trotzdem eine gute Rendite plus eben das Aufwärtspotenzial, was man hier hat. Wir sind mir leider auch schon der 30 Prozent über dem Tiefststand hier und von daher auch das, wir haben hier auch schon wieder einen mittelfristigen Aufwärtstrend eingeleitet. Also von daher auch sehr, sehr gut und für mich, wie gesagt, aktuell ein Kauf. Ja, kommen wir zum Pennystock und dann kommen wir zu einem Pennystock, den ich schon lange nicht mehr vorgestellt habe und den hatte ich tatsächlich auch vor, ich glaube, anderthalb, zwei Monaten verkauft, weil eben ja ich jetzt so extrem in PayPal investiert habe, ihr wisst das ja alle, dass ich da jetzt 800.000 Euro drin habe, also ein bisschen mehr und da habe ich eigentlich den größten Teil meiner Wachstumsaktien verkauft. Airport of Thailand war so eine Wachstumsaktie, die ja im Nachhinein war es jetzt auch ganz gut, dass ich verkauft habe, weil der Kurs nochmal nach unten gegangen ist. Aber letztendlich, wir haben ja auch schon wieder eine Unterstützung in dem Bereich, also auch das charttechnisch wieder eigentlich ein guter Zeitpunkt, um wieder einzusteigen. Aber wie gesagt, wir haben ja eine Aktie, die grundsätzlich erstmal langfristig extrem gut performt, ihr seht das hier, da geht es im Prinzip auch um Monopolunternehmen. Sämtliche großen Flughäfen in Thailand gehören, Airports of Thailand. Der Staat ist mit 70 Prozent investiert, das heißt absolut krisensicher und aktuell haben wir jetzt so ein bisschen die Problematik, dass alle Tourismusaktien, also das ist Carnival, TUI, Lufthansa und so weiter und so fort, extrem unter die Räder gekommen sind, weil halt grundsätzlich halt auch geopolitisch nicht alles so rund läuft, also viele Flüge fallen aus. Es gibt politische Unruhen überall auf der Welt und ja auch grundsätzlich natürlich Thema Rezession, Inflation, so viele Leute können sich auch den Urlaub nicht mehr leisten. Also all das sind natürlich Belastungsfaktoren, aber hier würde ich persönlich ganz klar sagen, Airports of Thailand ist auf dem aktuellen Niveau durchaus kaufbar, denn wir haben ja wie gesagt ein grundsolides Unternehmen, was jetzt auch nicht mal schnell irgendwie insolvent geht, weil wie gesagt zu 70 Prozent der Staat drin ist, plus man hat das beliebteste Urlaubsland eigentlich der Welt, was eben sehr, sehr stark auch wächst in den Zahlen von den Urlaubern und von daher grundsätzlich halt einfach ein gutes Geschäftsmodell, gute Investorenstruktur, also von daher wirklich eigentlich eine runde Sache und da meiner Meinung nach ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Aktie auch wieder den langfristigen Aufwärtstrend fortsetzt. Ja, kommen wir zur kurzfristigen Spekulation und hier hätte ich niemals gedacht, dass ich irgendwann mal in einem Video von mir Tesla empfehlen würde, denn ihr wisst eigentlich, bin ich sehr, sehr kritisch gegenüber Tesla eingestellt. Ich weiß, da kann man gutes Geld mit verdienen, da haben auch mit Sicherheit in der Vergangenheit schon Leute sehr, sehr gutes Geld mit verdient, aber die ist mir einfach zu volatil und ich mag auch keine Unternehmen, wo Elon Musk an der Macht ist. Also von daher, das ist mir einfach zu unberechenbar und es gibt auch einfach viel zu viel Konkurrenz und aktuell, ja, warum würde ich sie trotzdem kaufen? Wir haben hier aktuell einen Abverkauf gehabt nach den Quartalszahlen, weil die eben nicht so gut ausgefallen sind und der ist jetzt einfach rein charttechnisch wirklich ein sehr, sehr interessanter Bereich. Wenn wir uns mal die lila in der Linie anschauen, da war in der Vergangenheit, das habe ich eben gerade schon mal markiert, wirklich sehr, sehr oft der Fall, dass der Kurs, wenn er da eben drauf gefallen ist, eben der Kurs wieder gedreht ist nach oben und das haben wir eben aktuell auch. Wir haben hier wieder nach den Quartalszahlen, wo der Kurs ja extrem nach unten gegangen ist, wieder die Situation, dass der Kurs auf die lila in der Linie, also die 200-Tage-Linie gekommen ist und dementsprechend aktuell auch schon anfängt zu drehen. Plus wir haben hier den Fall, dass wir in den letzten Monaten schon, in den letzten Wochen, hier den Golden Cross quasi hatten, das Goldene Kreuz, wo die 50-Tage-Linie, also die gelbe Linie, die lila in der Linie, die 200-Tage-Linie von unten nach oben durchschlägt und das ist im Prinzip ein sehr, sehr bullisches Zeichen. Wie gesagt, diese 200-Tage-Linie in dem Bereich hier wird meiner Meinung nach auch wieder halten und dementsprechend auch hier für Aufwärtspotenzial sorgen. Letztendlich, wie gesagt, Tesla für mich keine langfristige Investition, dafür ist mir das einfach zu unsicher, aber kurzfristig kann es ja durchaus so 10, 15, 20 Prozent nach oben gehen. Das kommt natürlich aber auch auf die gesamtpolitische bzw. gesamtbörstliche Lage an, aber grundsätzlich 10 Prozent sehe ich da mindestens als kurzfristige Spekulation und ihr dürft auch natürlich gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das genauso seht, ob ihr auch diese restlichen drei Aktien gut findet oder nicht so gut findet, auch gerne eigene Vorschläge. Jeder Kommentar bekommt eine Antwort von mir und ich freue mich auf jeden Fall auch darüber, wenn ihr das Video liked, das hilft mir extrem und zeigt mir eben auch, dass es gut ankommt und ansonsten freue ich mich natürlich auch über jeden neuen Abonnenten. Ich lade alle zwei Tage ein Video zum Thema Aktien, Geld und Finanzen. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns auch im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, ganz, ganz viele tolle Renditen und ja, bis dahin, alles Gute, dein Flo Farrell. Vielen Dank!